Hallöchen Leute und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033. Wir kehren zum letzten Speicherpunkt zurück. Ich habe diese Mission gerade nochmal probiert, weil sie echt total schwer ist, weil wir nun mal keine Waffe mit Schalldämpfer haben Leute. Das erschwert diese ganze Sache enorm und dann gucken wir mal, was wir hier noch reißen können. So. Also, wir müssen irgendwo durch diese Front durchbrechen. Also, wir müssen an die Front der Faschisten ran. So. Hier lang geht es auf jeden Fall schon mal nicht. Die da, die singen irgend so einen Stuss zusammen. So. Okay. Wir müssen jetzt irgendwo hier... Ja, ich halte jetzt mal kurz die Klappe, bis Werner ausgelabert hat. Tut mir leid. Die Partei lehrt, dass nur kommunistische Doktrinen den wahren Weg durch die Tunnels weisen. Nur im alten Leben können wir sich in der Welt der Revolution, wenn diese Frage erratet zum Tode verurteilt. Okay, wer wird denn da zum Tode verurteilt, ne? So. Okay. Okay, der hat sich verabschiedet. Okay, der darf jetzt den Durchgang prüfen. Und wir verstecken uns mal hier drunter. So, ich sehe da irgendwie niemanden mehr. Wir müssen jetzt... Oh, scheiße. Okay, diese Mission ist echt verfickt schwer, ey. Hat er noch Muni dabei? Nein. Okay, wo müssen wir denn noch das Nächstes lang? Hier? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir hier lang müssen. Es wurde auf jeden Fall gerade gespeichert. So, wir verstecken uns mal hier. Ich muss jetzt einen Weg suchen, wie ich irgendwie hier durchkomme. Ich gucke mal ganz kurz auf mein Journal hier drauf. Und anscheinend müssen wir wirklich da lang. Wow. Wir müssen anscheinend wirklich da lang. Aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, weil... Da müssen wir ja so eine Art Parcour laufen irgendwie. Das wäre ja nicht so das Gelbe vom All. Okay, ich werde es mal versuchen. Ja. Okay, das war nichts. Scheiße. Ja. Da bin ich jetzt dran vorbeigesprungen. Ach Mann, ey. Zum letzten Speicherpunkt zurückkehren. So, ich hoffe, der letzte Speicherpunkt ist doch wirklich da, wo wir vorher aufgehört. Ja, genau. Wow. Ich erschrecke da immer bei diesen Schüssen, die da kommen. So, da lang geht's nicht, ne? Wir müssen schon... Aber wir müssen doch nicht da drauf, oder? Nein. Nein, das war auch Fail. Verdammt. Okay, also wir müssen irgendwie auf diese... Auf dieses Dingens drauf, oder? Habe ich zumindest so das Gefühl. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Okay, da hat mich niemand gesehen. Wir müssen da lang. Ich bin mir relativ sicher. Verdammte Scheiße nochmal. Aber wir können doch nicht... Wirklich? Also... Da oben lang, da sind ein Haufen Leute. Da können wir... Wow. Nein! Verdammt! Och, leck mich doch im Arsch, ey. Boah! Dieser Abgrund! Also, nee, komm. Das ist doch jetzt... Äh, das ist doch jetzt voll die Verarsche hier. Lol, ey. Okay. So, ich werd mal... Ich werd noch einmal versuchen, hier irgendwie runter zu springen. Okay. Aber die sehnen mich hier doch. Und vor allem, wie soll ich hier denn bitte schon weiter... Ja, schau, die sehen mich. Lol. Ich blick's ab hier nicht mehr. Sorry, Leute. Bis hierhin bin ich gekommen. Ja, ja, ich sterb jetzt erst mal nicht. Moment. Nachher vielleicht, aber warte mal ganz kurz. Ich muss erst mal kurz wissen, wie es hier weitergeht. Ah, hier. What the fuck, ey. What the fuck, ey. Was zur Hölle? Also, die haben uns schon einmal gesehen. Wow, verdammt! Alter, der Abgrund, der ist so böse! Hilfe, Leute! Och, nö! Lol, ey. Das ist... Oh, Leute, ey. So, ich geh erstmal hier hinten und versteck mich. So, wir müssen da weiter und dann da rüber. Aber ich werde jetzt erstmal folgendes machen. Weil ich seh ja fast nix mehr. Also, mein Licht ist ja gerade auf ne Durststrecke. Verdammte Scheiße. So. Okay, dann geht's da weiter. Ich tippe einfach mal, dass es hier weitergeht. Vor allem das Schlimme ist, die Rohre sehen auch nicht arg vertrauenseeweckend aus. Ah, wir müssen da lang, also. Ach, du Scheiße, ey. Die Mission hat's auf jeden Fall in sich. Weil man muss erstmal da drauf kommen, dass man die Treppe da runter soll. So, hier sind sogar... Lichter, äh, Pfeile. So, dann. Da hoch weiter tippe ich mal. So, da lang. Okay. Und ich würde sagen, wir schalten mal kurz das da aus. Und machen nur mal das kleine Licht hier an. Nein, ich muss das große Licht wieder anmachen. So, komm ich denn da hin? Nein. Okay. Tschüssi. Lol, ey. Alter. Ach, komm. Also, dieser Parcours-Teil, der hat's echt in sich. Das muss man jetzt echt mal so sagen. So, ich werde jetzt mal kurz... Lol, nein, alter. Dieser Abgrund-Hilfe. Oh, nee, Leute. Das ist echt... Oh, Göttchen, Göttchen, Göttchen. Verdammte Scheiße noch mal. Das gibt's da nicht. Boah. Ich bin zu doof, in diesem Spiel Parcours zu laufen. In jedem anderen Spiel, alles klar, Parcours. Okay, außer Minecraft vielleicht noch. So. So, ich muss noch mal kurz mein Licht hier aufpumpen. So. Jetzt ist schön hier lang. So, dann... Boah. Ich stehe schon wieder im Abgrund. So, dann ging's hier lang, ne? Ja. Ganz ehrlich, in dieser Situation möchte ich nicht Artyom sein. Also, unser Charakter hier. Weil ich hätte keinen Bock, hier lang zu balancieren. Okay, ich pumpe noch mal kurz das Licht auf. Auf pumpen, das klingt auch derp scheiße. So, wir müssen irgendwo... Warte, ich guck mal. Hier unten lang geht's doch weiter, ne? Boah. Der hier hat erstmal wieder neue Gasmaske. Sauber. Ganz, ganz frische Gasmaske. So muss das sein. So, und dann klauen wir mal sein Zeug. Also, die hier haben auch schon irgendwie gelitten. Was zur Hölle, knapp da eigentlich immer so. So, und jetzt, äh, eigentlich hier... Lol, eigentlich hier runter, oder? Ja, und jetzt? Da lang, oder was? Aber hier ist doch wieder so, so alles radioaktiv und so'n Scheiß. Ne, wir müssen eigentlich hier weiter, aber... Warte mal, wenn wir da runter gehen... Sag nur, ey, da lang müssen wir, alter Schwede. Also gut, dass wir hier eine Gasmaske haben. Jetzt einfach hier weiter, denke ich mal. Und da weiter vielleicht, oder hier weiter? Ne, ich tippe mal da weiter. Ich weiß auch gar nicht, wie wir Filter auswechseln können, oder ob der das auch automatisch tut, oder so. Bin ich grad relativ ratlos. So. Okay, irgendwoher kommt hier Licht. Ach, von dem da oben. Ich teile mal, wir müssen einfach... ...außerhalb der Lichtkegel hier bleiben. So. Hier lang, schön weiter lang, hier. Okay, jetzt einfach... ...scheiße. Da bin ich irgendwo draufgetreten, auf irgendeine Tretmine. Ne, hier lang geht's auch nicht. What the fuck, ey. Okay, dann eben wieder zurück mal. Hier ist noch eine Falle. Ne, das ist keine Falle. Ne, wir müssen doch... ...loll, da sind sogar die Pfeile. So, wohin denn jetzt genau? Irgendwo rechts. Ah, hier geht's die Leiter hoch. So muss das nämlich sein. So will ich das sehen. Okay. Hier sind sogar Pfeile an der Wand. Keine Ahnung, woher auf einmal die Pfeile kommen. Ah, hier geht's weiter hoch, also. Sauber. Aber ich denke mal, wir werden hier sowieso irgendwie erwischt oder sowas. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier einfach so durchkommen. Okay, da rechts geht's weiter. Licht ist aus, gut. So, den kann ich da nicht einfach so abwerfen. Wir haben ja schon schlechte Erfahrungen mit diesen ganzen Abwerfen und so gemacht. Wir müssen jetzt sowieso hier lang. Wow! Das wurde nicht ich auch noch erwischt. Lol! Ich habe ihm den Kopfschuss weggegeben, ey. Verdammte Scheiße. Jetzt sind wir aufgeflogen hier. Oh, nachladen, nachladen. Verdammt. Lol, jetzt sind wir hier aufgeflogen. Verdammte Scheiße nochmal. Mann, ey. Ich weiß nicht, ab wann wir jetzt weitermachen müssen hier. Oh, nee. Es hat hier gespeichert. Verfickt. Lol, ich kann nicht schießen. What the fuck? Ich hatte nicht mal einen Hut und so. Hä? Wie verpackt ist denn das? Ich habe nichts. Ich kann nichts machen. Ah, jetzt habe ich wieder ein HOD. Lol, Alter, wie verpackt ist das Spiel gerade bei mir? So, tschüssi. So, da kommt wieder jemand. Lol, wie viel halten die Typen denn aus? Alter, wie viel die einfach mal aushalten eiskalt, ey. Komm. Meine Güte. Das Problem ist auch, am Anfang habe ich so einen scheiß Bug. So, jetzt geht es erst wieder. Das ist irgendwie merkwürdig. Immer wenn ich neu spawne hier. Lol, lol, lol. Ich konnte schon wieder nicht schießen. Okay. So, nochmal nachladen hier. So, hat der noch irgendwas? Bisschen Mund hat er. Na, die scheint es nicht so gut gedrehen, ha? So, ich kann mir... Es wird wahrscheinlich... Ich habe es mir wahrscheinlich deutlich erschwert, indem ich mich jetzt hier durchgeballert habe. Lol, von wo denn? Lol, von wo denn, ey? Meine Güte. Von rechts auch noch, oder was? Och, komm schon. Ich habe es mir jetzt so deutlich erschwert, indem ich mich mal einfach verschissen habe hier. Ach, du liebe Scheiße. Ich hatte nur noch einen Schuss im Magazin. Lol, wie er einfach mal enorm viele Kopftreffer aushält. So, jetzt ist er aber weg. Okay. Wir nehmen natürlich alles mit, was der uns bietet. So, der wäre also auch weg. Ich muss mal kurz hier healen. Wow! Direkt vor mir! Verdammte Scheiße, weg hier! Oh, nee, jetzt habe ich mich noch selber umgebracht. Alter, ich bin echt, sobald es so in einem Mega-Gefecht kommt, bin ich total unfähig in diesem Spiel. Och, Mann. Was heißt hier Mega-Gefecht? Ich meine, es ist ja kein Mega-Gefecht, aber es ist nur mal scheiße, dass wir hier wieder ins Gefecht reingeworfen werden. Ich hätte das ganz stealthmäßig noch erledigt. Meine Güte, verreckt doch. Deren Stahlpanzerungen sind ja auch derbstig geil. So, wir nehmen natürlich die Muni mit von dem. 70 Millimeter, das sollte Shotgun-Muni sein, glaube ich. So, und jetzt... Habe ich erstmal ordentlich eingeheizt hier. Boah, von wo? Oh, lol! Lol! Nein, Mann! Nein, das ist unmöglich! Nee, sorry, Leute. Ey, ich habe mir da alles aufgehetzt. Ich habe mir die ganze Station aufgehetzt. Ich dachte, da wäre eine Wand. Da wäre niemand mehr. Und wieso kann ich nicht ab dem Speicherpunkt davor wieder anfangen, dass ich... Och, nö, Leute. Och, Mann, ey. Das kotzt mich jetzt schon wieder an, dass ich hier... Ich weiß nicht, dass salesmäßig jetzt verkackt habe. Na gut, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich erstmal. Ich gucke mal, wie ich mich jetzt da irgendwie durchkämpfen kann. Ich mache das mal ganz kurz off-stream weiter. Ich werde mich dann auf jeden Fall zurückmelden. Alter, das kotzt mich jetzt an, dass man nicht am Speicherpunkt davor anfangen kann. Weil ich habe mir jetzt im Prinzip die ganze Station auf den Hals gehetzt. Die ganze Station, diese ganze Frontlinie ist jetzt hinter mir her. Und das sind nicht wenige Soldaten, ne? Ach Gott, Gott, Gott. Das wird spaßig, ey, meine Lieben. Das wird echt spaßig. Da könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen. Naja, ich verabschiede mich. Bis dann.